Mein Name ist Waltraud Hamratz, alle nennen mich Walli. Ich wohne hier am Bökelberg und ich wäre glücklich, wenn die Euro 20, 24 in Mönchengladbach wäre. Und ich würde denen ganz zeigen, was hier in Bökelberg alles los war. Denn da kann ich euch viel zu erzählen. Früher sind wir schon für 10 Pfennige ins Stadion gekommen. Und was noch? Ich weiß nichts mehr.